Programmierschnittstellen, das ist für Entwickler der zentrale Platz, um den sich eigentlich alles dreht. Es gibt das Frontend und das Backend und in der Mitte die Schnittstellen. Das Frontend nutzt nämlich Funktionen des Backends und das Backend stellt die irgendwie zur Verfügung. Aber es wird immer davon ausgegangen, dass irgendwie alle Schnittstellen gleich aussehen und Postman hat uns für das Jahr 2023 gezeigt, wie das eigentlich in der Praxis aussieht. Und Spoiler, längst nicht alle Schnittstellen sind gleich oder gar gleich beliebt, auch nur annähernd. Das hat seine Gründe. Wir schauen uns heute also an, wie solche Schnittstellen eigentlich aussehen und was ihre Vor- und Nachteile sind. Ich verlinke euch die Studie von Postman in der Beschreibung. Postman ist übrigens kein Sponsor, sondern ein Tool, das ich selbst eigentlich regelmäßig zum Erstellen meiner APIs benutze. Falls ihr aber Spaß an dem Ganzen habt, es werden nach wie vor wahnsinnig viele Entwickler gesucht und um das zu lernen, könnt ihr natürlich meine Videos schauen, aber auch bei der FHDW studieren. Ob das nun berufsbegleitend ist oder sogar dual. Bei einem berufsbegleitenden Studium arbeitet ihr beispielsweise schon als ausgebildeter Fachinformatiker. Beim dualen Studium arbeitet ihr als Werkstudent, ohne davor was gelernt haben zu müssen. Die FHDW bietet beide Modelle an und euer Vorteil ist, ihr verdient schon während dem Studium was. Ich werde oft gefragt, ob das mit Ausbildung auch fachfremd überhaupt noch sinnvoll ist. Und ich glaube, die Existenz eines eigenen Studiengang Modells gibt eigentlich schon die Antwort. Ja natürlich. Falls ihr mehr über diese Studiengänge wissen wollt, dazu haben wir sogar schon eigene Videos gemacht. Cyber Security, Data Science, aber auch IT Consulting und Software Engineering, das ist alles bei der FHDW am Start. Schaut deswegen gerne mal mit dem Link in der Beschreibung unten vorbei. Viel Erfolg bei dem Studium. Aber eine Sache, die eben jeder Student der Informatik kennen sollte, sind die verschiedenen Schnittstellen. Grundsätzlich wird unterschieden in REST, Webhooks, GraphQL, SOAP, Websockets, GRPC, MQTT, AMQP, SSE, EDI und EDA. Das waren viele. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die beliebtere Hälfte an und gucken mal, was die so können. Sorry, MQTT, AMQP, SSE, EDI und EDA, die würden den Rahmen hier sprengen und sind ohnehin nicht so beliebt. Und naja, das hat schon seine Gründe. Die meisten Web APIs sind auch in 2023 Representational State Transfer oder kurz einfach REST APIs. Die kennt ihr vielleicht schon. Bei einer REST API kommt vom Client, also beispielsweise einer Webseite oder einer App, einfach eine Anfrage über das HTTP-Protokoll an eine URL vom Server. Wir machen das bei der Bootstrap Academy auch so. Wenn ihr beispielsweise Quizfragen machen wollt, sendet ihr in einer Lektion eine Anfrage an unseren Server und fragt nach den Quizfragen einer Lektion. Zurück kommt vom Server dann ein JSON, das alle Quizfragen für eine Lektion enthält. REST ist deswegen einfach erstmal super simpel gehalten und zwingt dabei immer diese HTTP-Methoden, also GET, POST, PUT und DELETE zu nutzen. Dadurch ist es schon automatisch standardisiert und hat eine relativ weite Verbreitung sehr schnell und sehr problemlos bekommen. REST ist von Natur aus auch zustandslos. Das heißt, der Server weiß nicht, ob ihr eingeloggt seid und er weiß auch nicht, wer ihr seid. Ihr müsst bei jeder Anfrage ein Token mitsenden. Das ist ziemlich geil, denn so muss man auf dem Server einfach gar nichts speichern. Und das heißt, der Server braucht weniger Speicher verbrauchen, kann weniger angegriffen werden. Alles ist schnell, schön modular und vor allem ist es plattform-agnostisch. Im Server ist es also egal, ob ihr jetzt von einer Web App kommt oder eine Android App oder eine iOS App habt. Deswegen sind 2023 auch ganze 86 Prozent der Schnittstellen REST APIs gewesen. Aber im Jahr davor waren es 92 Prozent. Das heißt, 6 Prozent weniger als 2022. Und das liegt vor allem daran, dass REST Clients gerne zu viel oder zu wenige Daten vom Server abfragen. Durch die Zusatzlosigkeit werden hier manchmal nämlich richtig viele Anfragen nötig, bis man alles hat. Ich mache ein Beispiel. Erstmal muss sich ein Nutzer einloggen. Dann bekommt er ein Token. Dieses Token nutzt er dann, um alle Kurse der Bootstrap Academy sich zu holen. Dann sucht er sich da einen Kurs aus und holt von dem Kurs alle Lektionen. Dort sucht er sich dann eine Lektion aus und holt sich von dieser Lektion alle Quizzes. Und dort sucht er sich dann ein Quiz aus und das macht der Nutzer dann am Ende. Und das ist wahnsinnig kompliziert und eigentlich viel zu viel. Dazu kommt, REST ist absolut ungeeignet für Echtzeitanwendungen. Und deswegen ist es einfach nicht für alle Anwendungen perfekt geeignet. Ich liebe Webhooks. Als ich die für mich entdeckt habe, wurde mir mal wieder bewusst, was wir alle schaffen können, wenn unsere Software miteinander kommuniziert. Das ist so schade, dass das manchmal ausgebremst wird. Webhooks sind in der Theorie sehr simpel. Sie erfüllen aber auch einen ganz anderen Zweck als REST APIs. Stellt euch so vor. Ihr abonniert mich auf YouTube. Das solltet ihr definitiv machen. Jedes Mal, wenn ich etwas poste, wollt ihr eine Benachrichtigung bekommen. Beispielsweise in einem Discord Bot, der eine Nachricht in einen Server schreibt. Dann hinterlegt ihr bei YouTube einfach die URL eures Discord Bots. Und jedes Mal, wenn ich was poste, kontaktiert YouTube automatisch euren Webhook, also euren Discord Bot und sendet dort die URL meines neuen Videos hin. Bevor es Webhooks gab, musste man das auf der anderen Seite machen. Also sprich, zum Beispiel alle fünf Minuten mal nachgucken, ob ein neues Video von Morpheus da ist. Das ist natürlich langsamer. Im schlimmsten Fall fünf Minuten zu langsam. Und vor allem ist es viel, viel mehr Traffic, weil ich nicht jeden Tag oder gar jede fünf Minuten ein neues Video hochlade. Das wäre ein bisschen viel. In der Software Technik kennt ihr das Ganze nämlich vielleicht als Observer Pattern. Passiert etwas, wird eine Funktion irgendwo aufgerufen. Nur, dass jetzt hier die Funktion ein Link ist. Das ist effizient und ziemlich nah an Echtzeit dran. Und auch hier werden die HTTP Methoden genutzt. Also ist alles auch schon standardisiert. Und genau deswegen beschäftigt sich jetzt mittlerweile jeder dritte Entwickler auch mit Webhooks. Aber Vorsicht, Webhooks zu debuggen macht gar keinen Spaß. Das kann sehr, sehr kompliziert und schwierig sein, weil ihr im Endeffekt zwei Anwendungen habt. Wenn etwas passiert, also der Hook zum Beispiel kurz nicht erreichbar ist, dann wird sogar noch schlimmer. Denn in der Regel wird dieser Hook danach auch nicht kontaktiert. Das wird normalerweise nicht überprüft, ob der wirklich auch was damit macht. Wenn er also ausfällt, sind eventuell sogar Daten weg. Und kümmert euch unbedingt um die Security von Webhooks. Viele nutzen hier eine unverschlüsselte Kommunikation. Aber naja, das ist eigentlich bei Webhooks genauso wichtig wie bei Websites. Und dazu kommt bei sehr beliebten Plattformen wie YouTube zum Beispiel kann es schon mal vorkommen, dass hunderte Webhooks registriert werden. Das ist nicht ohne, auch für einen Webserver von YouTube. Immer schneller hingegen wächst jetzt mittlerweile GraphQL. GraphQL wurde von Facebook entwickelt und 2015 Open Source gemacht. Es sollte eine flexiblere, aber vor allem effizientere Alternative zu REST sein. Und auch hier sind schon 29 Prozent der Entwickler aufgesprungen. GraphQL ist eine eigene Abfragesprache und nutzt im Hintergrund gerne auch REST APIs. Der große Vorteil ist, es bündelt mehrere Anfragen und baut dann eine Art Backend Zusammenfassung. Direkt und speziell nur für das Frontend. Statt also das Frontend dazu zu zwingen, zig Anfragen an die APIs zu schicken, schickt es eine einzige Anfrage an GraphQL. Und GraphQL übernimmt dann die Hintergrundarbeit. Und das geht natürlich deutlich schneller, denn GraphQL sitzt ja auch im Backend. Wir haben zwar immer noch also diese extra Daten, die hin und her laufen, aber halt nur innerhalb von einem Rechner, von einem System, von einem Backend. Dadurch wird alles deutlich schneller. Dazu kommen natürlich noch zig Optimierungen auf der Seite von GraphQL und ein wahnsinnig gutes Typ Schema und sogar die Unterstützung für Real-Time Kommunikation. Aber leider ist natürlich GraphQL auch nicht perfekt. GraphQL ist einfach nur eine Schicht mehr und die muss man halt meistern. Das ist mehr Arbeit. Häufig hört sich der Gedanke an GraphQL zwar sehr gut an, aber es ist halt sehr viel mehr Arbeit, eine zusätzliche Sache, die man lernen und meistern muss. Und Performance ist halt nicht immer so super wichtig, dass man das wirklich braucht. Zumal dann der GraphQL Server plötzlich ein Single Point of Failure ist. Geht der GraphQL Server down, dann ist die ganze Website nicht mehr erreichbar, denn der wird gebraucht. Das Simple Object Access Protocol oder einfach kurz SOAP verliert aber auch immer mehr an Beliebtheit. Wir sind hier schon bei 26 Prozent unten. Im Grunde ist SOAP relativ ähnlich wie REST, aber es nutzt statt JSON XML. Allerdings ist SOAP sehr 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 strikt mit seinen Standards. Ganz im Gegensatz zu REST natürlich. Da kann man eher machen, was man möchte. Es gibt eine eigene Sprache, die sogenannte Web Services Description Language oder WSDL und an die muss man sich eben auch halten. SOAP bietet dafür aber auch einiges an eingebauter Security, wie zum Beispiel Authentication, Authorization und sogar extra Verschlüsselung kann gemacht werden. Auch sogenannte Asset Transactions sind möglich und die ermöglichen sehr sehr hohe Datenzuverlässigkeit und Integrität. Daten können also einfach nie in einem inkonsistenten Zustand ankommen. Beispiel hierfür ganz klar Online Banking. Wäre ziemlich blöd, wenn euer Kontostand sich einfach in München und Hamburg unterschiedlich verhält, weil ihr eine kaputte Anfrage schicken konntet. Diese strengen Regeln machen bei so sensiblen Sachen wie Online Banking natürlich sehr viel Sinn. Allerdings sterben wegen dieser Nische, sag ich mal, die Bibliotheken immer mehr aus. Nicht zuletzt, weil es so so komplex ist im Vergleich zu REST. Dazu kommt erschwerend, dass SOAP in sehr vielen Firewalls Probleme macht oder sogar komplett blockiert wird, denn es nutzt nicht HTTPS und ist damit nicht so einfach standardisiert, sondern hat was eigenes. Allmählich landen wir aber sogar in den Special Use Case Gefilden, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wie viele Special Use Cases es gibt, zeigen allerdings Websockets. 25% der Entwickler nutzen die Dinger. Websockets minimieren die Latenz auf ein absolutes Minimum und bieten eine dauerhafte und vor allem bidirektionale Verbindung zwischen Client und Server. Das heißt, ein Client fragt nicht nur gelegentlich mal nach oder wird benachrichtigt, sondern er lockt sich wie in einem Game ein mit einem extra Handshake und diese Verbindung muss dann natürlich auch konstant aufrechterhalten werden. Der Client kann wie üblich Dinge zum Server sagen und bekommt eine Antwort. Klar. Sowas wie, hey, ich will meinen Freunden in der DBD Lobby beitreten. Aber auch der Server kann jetzt dem Client etwas sagen, weil wir eine bidirektionale Verbindung haben und zwar nicht nur als Antwort, wie beispielsweise Match gefunden, Zeit zum Sacken, du Noob. Websockets sind genau deshalb ein Must-Have für Spiele, aber mittlerweile auch bei vielen Chat-Apps und sogar bei einigen Trading-Plattformen enthalten. Allerdings behaltet bitte im Kopf, Websockets sind nicht ohne und viele Features müsst ihr selbst bauen. Ganz anders wie bei Soap beispielsweise. Und ja, Websockets sind natürlich überhaupt nicht stateless. Das erfordert Schutzmechanismen gegen den Nile of Service und ihr müsst eure Verbindung selbst verwalten, falls jemand beispielsweise in der Deutschen Bahn unterwegs ist. Irgendwie dazwischen platziert sich GRPC, Google Remote Procedure Call. GRPC ist ein extra High-Performance-Protokoll, das zwar auf HTTP aufgebaut wird, aber anders als REST nicht die HTTP-Methoden nutzt, sondern eigene Services und sogar eigene Methoden zur Verfügung stellt. Quasi so wie Funktionen, die ihr beim Coden aufrufen könnt. Das Protokoll ist unfassbar over-ingeniert und dadurch eben sehr schnell und es hat Typen wie GraphQL und SOAP auch. Es liefert aber auch sehr viele Funktionen in einer Library mit. Zum Beispiel Streaming oder Load Balancing und Timeout könnt ihr einfach so direkt benutzen. Aber GRPC ist leider sehr komplex und naja, oftmals fühlt es sich so an, als könnte man mit GraphQL oder REST das meiste machen. Und für den Fall, dass das nicht reicht, gibt es eben doch Websockets. Und das waren sie, die beliebtesten Tools für Schnittstellen im Jahr 2023. Bin sehr gespannt, was sich nächstes Jahr dabei ändert und natürlich gucken wir uns das regelmäßig wieder an. Was benutzt ihr in eurer Anwendung und vor allem was ist das für eine Anwendung, die ihr da gerade schreibt? Passt das vielleicht zu eurem Use Case? Das dürft ihr mir mal ganz gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.